Lass uns heute das Geheimnis eines vertrauensvollen und wertschätzenden Miteinanders lüften. Wir haben täglich mit unseresgleichen zu tun. Ein Wunder, dass es da nicht öfter kracht oder zumindest zu deutlichen Spannungen kommt. Geschuldet ist diese Tatsache vermutlich dem Umstand, dass viele freundliche und geduldige Menschen das Verhalten all jener ausgleichen, die keine Manieren und keinen Anstand vorweisen können. Es gibt Regeln innerhalb einer Gesellschaft. Manche sind in Form von Gesetzen niedergeschrieben worden. Wieder andere gehören zu den allgemeingültigen Umgangsformen einer zivilisierten Welt. Wir möchten heute einen Blick auf die No-Gos werfen. Ein paar Dinge nämlich gibt es, die schlicht und ergreifend nicht verhandelbar sind. Welche Verhaltensweisen du keinesfalls tolerieren solltest, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community wirst, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1 Gaslighting Beginnen wir mit einem modernen No-Go, das in der Tat jedoch schon sehr lange sein Unwesen treibt. Nur der Name ist neu. Gaslighting beschreibt die Taktik, uns unsere Erinnerungen auszureden oder als falsch und unwahr darzustellen. Man will uns dieser Art manipulieren, damit wir unsicher werden und an unserer Wahrnehmung und Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln beginnen. Und vorführen und dumm dastehen lassen will man uns so natürlich auch. Nummer 2 Ausbeutung, Zwang und Bevormundung Egal ob am Arbeitsplatz oder zu Hause, wer andere Menschen für sich schuften lässt und auch noch in den letzten Tropfen Lebenssaft aus ihren Adern pressen will, ist kein guter Mensch. Der Missbrauch von Macht oder emotionaler Abhängigkeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern tatsächlich schon recht nah an einer sadistischen oder zumindest toxischen Persönlichkeitsstruktur angesiedelt. Nummer 3 Deine Träume ins lächerliche ziehen Vorsicht vor Menschen, die sich über dich lustig machen. Es ist kein Spaß, sich auf Kosten anderer ins Rampenlicht zu rücken. Besonders fies sind Menschen, die erst deine Geheimnisse lüften wollen, nur um sie dann wie eine messerscharfe Waffe gegen dich zu verwenden. Hast du jemandem deine Träume anvertraut und dieser Mensch zieht sie in den Schmutz, musst du ihn sofort aus deinem Leben schneiden. Nummer 4 Heimtückisches Taktieren, um Geld und Vorteile zu erschleichen Die Gier nach Geld ist in den meisten Menschen dankenswerterweise rasch anzumerken. Sie sind besessen von diesem Thema und werden nicht allzu lange brauchen, um jedes Gespräch in diese Richtung zu lenken. Sei wachsam, wenn man dich nach deinem Beruf, deiner Lebenssituation und deinen Einkommensverhältnissen ausfragen will. Das alles geht niemandem etwas an und könnte Teil einer Masche sein, um sich an dir zu bereichern. Nummer 5 Mobbing, Erpressung und Einschüchterung Besonders hässlich wird das Miteinander, wenn es zum Erwarmungslosen gegeneinander mutiert. Wenn aus Konkurrenzdenken bösartiges Mobbing und aus Ellbogentechnik ein Spaziergang überleichen wird, bist du hier falsch. Menschen, die auf dem Rücken oder dem Leid anderer vorwärtskommen wollen, sind nicht der passende Umgang für dich. Nummer 6 Mangelnder Respekt gegenüber deinen Werten und Überzeugungen Auch wenn Religion, Politik und Ethik nicht unbedingt Gesprächsthemen sind, die überall Platz finden sollten, so beeinflussen sie unseren Alltag dennoch. Schon in der Schule ist das Thema, wofür wir stehen und wofür wir uns entscheiden. Daraus ergibt sich dein moralischer Kompass und diesem solltest du treu bleiben. Will dich jemand deshalb angreifen, ist das eine deutliche Verletzung deiner persönlichen Grenzen und kommt fast einer Kriegserklärung gleich. Nummer 7 Lässt Reihen hinter deinem Rücken Weißt du was? Es spielt keine Rolle, ob man fiese Gemeinheiten über dich verbreitet oder ob du Zeugen oder Zeuge wirst, wie jemand anders durch den Dreck gezogen wird. Das Lästern ist ein Alarmsignal und weißt, wie kaum ein anderes Verhalten klar und deutlich auf einen schlechten Charakter hin. Nummer 8 Eifersucht, Missgunst und Kontrollzwang Wenn dir jemand grün von Neid begegnet, freu dich kurz und aufrichtig über dieses Kompliment. Neid muss man sich bekanntlich verdienen, Mitleid bekommt man geschenkt. Aber geh dieser Person in Zukunft trotzdem lieber aus dem Weg. Eifersucht ist ein unschöner Charakterzug, der, hat er einmal einen Fuß in der Tür, nicht mehr loszuwerden ist. Dasselbe gilt für Kontrolle, die jemand mit Gewalt über dich ausüben will. Nummer 9 Verlogenheit und schönen Wetterfreundschaften Lügen haben Gott sei Dank kurze Beine und die Wahrheit kämpft sich früher oder später unweigerlich ans Licht. Sei nicht überrascht, wenn dir jemand ein X für einen Ufer machen wollte, nur um daraus einen Vorteil zu ziehen. Zieh du für dich aber unbedingt den Schluss daraus, einer solchen unehrlichen und falschen Person in Zukunft aus dem Weg zu gehen. Nummer 10 Betrug und illoyales Verhalten Es ist ein non-go der Spitzenklasse und übrigens auch ein Punkt, der Menschen eine zweite Chance verbauen sollte. Am besten bis in alle Ewigkeit. Wer dich hintergeht und dein Vertrauen missbraucht, hat deine Freundschaft und Integrität nicht länger verdient. Und Wer einmal damit durchkommt, der versucht es immer wieder. Der Mensch tickt leider so. Glaub uns das. Nummer 11 Körperliche, sexuelle oder psychische Gewalt Es ist eigentlich traurig, dass wir diesen Punkt extra erwähnen müssen, aber Gewalt und Terror, Missbrauch und übergriffiges Verhalten sind niemals unter keinen Umständen zu tolerieren. Weder du selbst darfst dich so behandeln lassen, noch darfst du wegsehen, wenn andere Menschen dieser Art zu Schaden kommen. Ab dem Moment, wo jemand einer anderen Person seinen Willen aufzwingt, wird mehr als nur ein Gesetz gebrochen. Unser heutiges Fazit Ein klares Nein ist die einzige Antwort, die dieses Benehmen verdient. Verabschiede dich von Menschen, die dich oder andere schlecht behandeln. Taten sprechen lauter als Worte und sie sind auch nicht falsch zu verstehen oder gar zu entschuldigen. Rufschädigung, Mobbing, Erpressung und das Ausüben von Gewalt, egal in welcher Form, sind Straftatbestandteile und sprechen als solche für sich. Aber du darfst es auch nicht hinnehmen, wenn jemand deine Gutherzigkeit oder dein sanftes Gemüt für seine Zwecke ausnutzt. Lass nicht zu, dass man deine Grenzen überschreitet, deine Moralvorstellungen torpediert oder deine Träume ins Lächerliche zieht. All das sind Formen von Machtmissbrauch und dieser ist ganz klar einer der Todsünden im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn du dir unsicher bist, hör auf dein Bauchgefühl. Bringen dich Menschen so weit, dass du dich ihretwegen schlecht fühlst, sind sie und ihre Machenschaften schlecht für dich. Achte auf diesen inneren Kompass. Er lässt dich im Gegensatz zu manchen deiner Mitmenschen näher bestich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Zusehen und bis bald.